Mein Name ist Susanne Viehhauser, ich arbeite als Psychotherapeutin im Akutbereich der Heckscher-Klinik. Grundsätzlich haben wir als Psychotherapeuten hier in der Heckscher-Klinik einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Wir sind in einem sehr intensiven Austausch mit den Patienten, mit den Familien, arbeiten mit einem multiprofessionellen Team zusammen, mit unseren ärztlichen Kollegen, der Pflege und den ganzen Fachtherapeuten. Wir haben auch einen sozialpädagogischen Fachdienst auf der Station und der ist in einem sehr engen Austausch mit Jugendämtern oder auch Wohngruppen. Das heißt, wir haben einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Als Psychotherapeuten haben wir hier sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Durch die verschiedenen Standorte und somit auch die verschiedenen Behandlungssperrpunkte haben wir auch die Möglichkeit, Einblick in sehr viele Bereiche zu bekommen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erlebe ich als besonders erfüllend, weil wir die Möglichkeit haben, sie in einer sehr entscheidenden Lebensphase zu unterstützen, einen guten Weg in die Zukunft zu finden.